Kommt schon, Micky! Ich sprich mit mir! Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCats. Ja, wenn auch bei euch auf der Apple Watch Micky und Minimaus hier keinen Piep mehr sagen, seid WatchOS 6.0, dann könnt ihr euch jetzt freuen, denn heute ist wieder kleiner großer Update-Tag bei Apple. Unter anderem gibt es WatchOS 6.0.1 und da habe ich gerade gelesen, dass dort das Problem gelöst wird, durch das Micky und Minimaus verstummt sind, also die Zeit nicht mehr ansagen, durch Antippen und das soll mit dem Update dann hier behoben werden. Außerdem gibt es einen kleinen Fix, wo irgendwelche Kalenderkomplikationen nicht richtig angezeigt werden, also wenn da irgendwelche Events stattfinden und ein Problem wurde gelöst, wo die Display-Kalibrierungsdaten verschwinden konnten. Kann ich nicht so genau sagen, was das bedeutet, aber ich weiß zumindest mal so viel, das ist schon nicht so gut, wenn das passiert und das Ganze gibt es auch dann hier für das iPhone, denn es gibt auch eine neue Version von iOS 13 und das ist, Moment, da haben wir sie, iOS 13.1.2. Ein kleines Update mit 77,6 Megabyte und ich habe auch hier mal nachgelesen, was da so drin steht und hier in der Mitte haben wir auch das stehen, dass hier auch dieser Bug gefixt wurde, dass dort Kalibrierungsdaten verloren gehen konnten, also ein Problem wird gehoben beim iCloud Backup, dass da der Ladebalken einfach nicht mehr weitergeht und einfach hängen bleibt, auch nach einem Neustart hängen bleibt, wenn ihr so ein Problem hattet, dass es hier behoben wurde. Außerdem gab es hier wohl ein Problemchen mit der Kamera, dass die nicht funktioniert hat, genauso wie mit dem Blitzlicht, dass man das vielleicht nicht mehr anschalten konnte, also hier hinten der Flash in der Kamera, ein paar Shortcuts wurden repariert, die vielleicht beim HomePod da nicht richtig funktioniert haben und hier vielleicht auch eine wichtige Sache, da gab es mit Bluetooth oder mit der Bluetooth-Verbindung ein Problem, dass dort manche Geräte automatisch getrennt wurden und zwar ganz besonders in bestimmten Fahrzeugen, also über, ja wie heißt das, Apple Auto oder wenn ihr halt eben euer Smartphone mit dem Auto gekoppelt habt, dass sich da das einfach mal getrennt hat. So, also ganz so viel steckt hier gar nicht drin in WatchOS 6.0.1 und iOS 13.1.2. Ich habe es schon gemacht hier, das Update hat bestens funktioniert bei mir, dort könnt ihr es sehen, 13.1.2, ein kleines Update, also Apple bleibt da ganz stark am Ball und schießt immer weiter hier Updates hinterher, die wollen natürlich die ganzen Bugs, es war doch noch etwas buggier als man so dachte am Anfang von iOS 13, die wollen sie hier endlich alle auspolieren und dass das ein richtig gutes Betriebssystem wird, das stabil und sicher und schnell läuft. Also macht das Update, Freunde, es schadet ja nichts. Und vor allem bin ich gespannt, ob dann hier auch Mickey wirklich wieder redet, denn ich habe die Software hier auf die Apple Watch noch nicht geladen. Übrigens noch ein kleines Thema, ihr habt sicherlich mitbekommen, wenn ihr so ein bisschen interessiert seid in der Geschichte, dass wir einen Exploit haben und zwar auf Hardware-Ebene. Das heißt, dass es dort möglich sein wird, über hier USB einen Jailbreak zu installieren in Zukunft und zwar auf allen Geräten. Ich glaube, ab dem iPhone 4S bis zum iPhone 10, also bis zu dem Gerätchen, das ich hier in der Hand halte, wird man dann einen Jailbreak installieren können und zwar völlig unabhängig von der iOS-Version, die hier aufgespielt ist. Das sind mal richtig heiße Neuigkeiten. Allerdings gibt es noch keinen funktionierenden Jailbreak, den man sich runterladen kann. Aber für alle Jailbreaker und die sich darauf freuen, ist das mal eine super Geschichte. Also völlig unabhängig hier von der Software-Version, denn das ist auf Hardware-Ebene. Apple kann da nichts dagegen machen, um das irgendwie hardwaremäßig, softwaremäßig zu sperren, denn es ist in der Hardware drin, dieser Exploit. Und da geht dann eben nur über USB. Also da bin ich echt extrem gespannt, wann dort ein Jailbreak rauskommt. Und dann können wir sogar zu iOS 13, iOS 14 auf dem iPhone 10 einen Jailbreak dann vielleicht sehen. Super Sache. Also ich bin gespannt, aber das nur am Rande. Freunde, das soll es schon gewesen sein. Eine kleine Info über die neuesten Updates hier von iOS 13 und WatchOS. Also das wäre es gewesen. Ich gehe jetzt wieder Fernsehen gucken. Bis später. Macht's gut. stories. Bye. Untertitelung des ZDF für funk, 2017